Du fliegst auf dem O2, ne? Finger weg, lass sein, das gibt Ärger. Hey. Das ist doch etwas Beruhigendes, das ist so ein Ding. Man hat ja immer Zeit, sich zu überlegen, wie man landet oder was, auf jeden Fall ist halt nicht so eine Stressnummer, wie so ein Hänseleit-Ding. Und dann ist das jetzt nicht so ein Hänseleit-Ding. Ein Hänseleit-Ding und das ist doch eine große Menge, die sich selbst schlussisch in der Schweiz und das ist das eine große Rechte im Sprach. Wie war es dir, nun, wenn du das kleine Rechte im Sprach und doch zu, was du so ein Hänseleit-Ding Vielen Dank.